Herzlich willkommen, mein Name ist Ilona Schmiel, ich bin die Intendantin der Tonalgesellschaft Zürich. Und hier sind Sie in meinem Büro, an einem Denkort, an einem Ort der Begegnung, aber auch ein bisschen ein Rückzugsort. Vielleicht möchten Sie Ihre Gedanken nach einem Konzert ja auch in dieses wunderbare Notizbuch in unserem neuen Design hineinschreiben. Mein Leitgedanke, den finden Sie dort. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare und vor allen Dingen eine gesunde Adventszeit.